Der norwegische Meister der undramatischen Dramen, Jun Fosse, trifft auf den gefeierten französischen Regie-Star Patrice Cheroux. Das Ergebnis ist ein radikal berührender, vielschichtiger Theaterabend. Zwei alte Bekannte und Entfremdete begegnen sich neuerlich und erleben eine verwirrend magische Zeitreise durch das Leben, die Liebe und das Begehren. Patrice Cheroux verlegt die Originalhandlung stilsicher von einem Friedhof in ein Museum. Refte Tom, Traum im Herbst, von 26. bis 29. Mai in der Halle E im Museumsquartier in Wien. Untertitelung des ZDF, 2020